wir gehen wieder rein bei dead by daylight mit unter anderem dabei die anderen beiden und die anderen drei chaoten guten tag ja und das bild könnte man saugeil als hintergrundbild nehmen als wallpaper oder ich drücke mal gleich f12 ich liebe f12 weiter geil so wie geht es euch so wir gehen wieder rein und lufen ein bisschen und ich glaube ich glaube welchen stream gestartet habt kommen wir jetzt gar nicht erst im spiel rein als nicht locker niemals so ja dauert und spielen wir dann was denkt ihr gegen den eiffelturm guten tag steffi im chat guten tag guten abend alle mal mit in den chat schreiben damit ihr auch da seid schön danke danke schön danke für den algorithmus ja sehr schön für den Algorithmus schon wieder nee es ist eine outdoor map nee es ist indoor nee es was das ist eine indoor aber wir sind doch draußen ja du wirst draußen es ist die es ist die Hesen ey die map kenne ich gar nicht die ist ja ganz neu für mich ey guten tag guten tag mach mal hier was hier direkt neben dir ist ein Generator hallo aufwachen wer ist das oh nein das ist Leon Leon ja sehr gut Leon bist der Beste warum bist du weggegangen weil die äh weil ich die Hexe gehört hab die Hesen die Hegerin nein das ist so perfekt ich krieg die Krise ey lauf nicht in unsere Richtung wir sind im Norden wir sind im Norden nein läuft sie immer noch hinter ja ok ok wir ziehen den jetzt durch lehren ok da hinten ist er hinter dir rechts von dir ist er die sehen richtig eklig aus geil ok kommst du kommst du kommst du kommst du kommst du zu spät aha ok die hatten Ziegenkopf oder so ey ey warum starte ich draußen aber es ist trotzdem eine Indoor Map komisch ich hab einen Generator gefunden aber die könnten hier Schatz rechts an dir hey ja ich höre Steffi oder dieser Fick you lass mich durch er hat mich er ist hinter mir macht Generatoren macht oh alter ist der schnell ist der schnell Generatoren machen ja bin doll ja nicht laufen was ist das für ne Piste Achtung da kommt einer in deine Richtung der hat dich gesehen ah ich hänge ich hänge mal ein bisschen ab ah sie kommt ja 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 oh hier neben mir ist mir direkt ein Generator wo ich hänge also kommt mich holen wir machen direkt Generator ich höre sie aber noch jetzt klopfen sie ist noch in der Nähe ich höre sie vielleicht müssen wir doch weglaufen lass uns mal weglaufen was in der Richtung ich glaube in der Richtung ist er wo ist sie oh mein Gott du hast sie glaube ich du hast sie glaube ich gefunden kann das sein ja mann 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 ich habe einen Generator wo ich kenne für dich letztes Viertel habe ich jetzt angefangen ok ich habe einen Generator gehen wir auf der anderen Seite ganz sicherlich gleich alles gut Lisa ist bei mir ich bin genau in die Amis gelaufen aber er hat daneben gehauen der Nut oh ne das ist ja dumm ich bin am Wiggen ich bin am Wiggen sehr gut oh nein Keller scheiße ich kenne die Metz zwar nicht aber der Keller ist scheiße ja ich sehe dich ganz ganz weit unten ich bin aber auch sehr weit weg das muss eine von den anderen machen aber ich habe gleich einen Generator fertig zumindest wie macht ihr Generator ja ja ich bin gleich fertig drei Viertel ja eng sind wir rum oh nein jetzt kommt er in meine Richtung ja wie komme ich denn runter und die Treppe witzig oh lol ich kann gar nicht laufen er hat mich gecatcht ich erhole mich er sucht er sucht einen Haken aber er sieht er sieht nicht dass hier direkt ein Haken ist ihr könnt mich wenn ihr Zeit habt ihr seid aber sehr weit weg sehe ich gerade ich bin gleich hochgeheilt aber ich höre ihn noch er ist noch in der Nähe du bist so hochgeheilt er ist ganz in der Nähe er ist ganz in der Nähe Achtung er ist bei mir ok ich bin hochgeheilt ja er kommt zu zweit ja zu dir dann bleiben wir ein bisschen zusammen ja warte ich komme in deine Richtung ich versuche ein bisschen in deine Richtung zu kommen oh nein nein schade jetzt liegen wir beide aber ich bin halt euch hoch ja ich bin hochgeheilt ich bin hochgeheilt hier der der läuft ist hochgeheilt der der kriecht ist hochgeheilt ich bin 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 hochgeheilt na scheiße sie hat mich ja gerade Sackgasse Sackgasse ja wir sind hochgeheilt ja wir sind hochgeheilt er kann uns ja nicht alle an den gleichen Haken hängen ja doch super alter wir liegen echt alle vier ne es ist unfassbar er er könnte uns einfach verbluten lassen wenn er will ne sondern wenn er ein richtiges Arsch ist ja er lässt uns einfach verbluten guck ihn dir an äh 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 freust dich ne komm lauf mal lauf mal zu den Killern hin das habe ich mit Absicht gemacht oder was ja der lässt uns laufen wieder wir sind alle hochgeheilt ne heil uns hoch alter so ich bin hier hinten nehm ich auch nochmal bitte danke bitte anfassen vielen lieben dank so let's go wir hauen ab wollen wir das mal heilen so das hat aber mit Absicht gemacht oder ne keine ahnung ich denke schon ja ich glaube das das hätte zu wenig Punkte gegeben verstehst du ah ok jetzt kommt sie ist vorbei gelaufen sie hat uns nicht gesehen wie wir uns alle gegenseitig hochheilen ey richtig richtig intim Junge richtig intim ja wir sind richtig intim fürs Team für nichts anderes das nur fürs Team welches Team welches Team welches Team wieso hat er mich getroffen Oha Dann brennendes Totem. Hä? Nein! Ich kann mich nicht mehr heilen. Das war's. Vielleicht finde ich noch irgendwo einen Generator. Ich kann mich nicht mehr heilen. Meine Kiste reicht leider nicht mehr aus. Ich gehe mal nach oben. Ich weiß nicht, ob oben auch was gibt. Oh, ich höre einen Generator. Ja. Oh, ja, hier ist ein Generator. Oh, reparieren mich mal. Vielen lieben Dank. Wir essen das. Ah, Skadi. Moin, moin. Vier Zuschauer haben wir schon wieder. Was ist denn hier los? Dankeschön. Ja, ich bin eine Sacker-Verein. Ah, verdammt. Route 66 liegt. Ist sie weg? Ich weiß es nicht. Also, bei mir ist sie nicht. Bei uns ist sie nicht, aber sie könnte jetzt in unsere Richtung kommen. Wir kommen dich holen. Wenn ich hier irgendwie runterkomme. Komm ich hier runter? Er ist bei mir irgendwo. Hier kommt man nicht rüber gesprungen, ja, Moin. Ich sehe dich ja gar nicht liegen. Erst wenn du hängst, sehe ich dich, ne? Ja, bin ich da. Ne, ich sehe ihn liegen. Ich sehe ihn nicht liegen. Er liegt nicht mehr. Ne, er liegt nicht mehr. Achso. 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 Er kann er rammt. Er kann er rammt. Oh, Alter. Ich reihe doch nicht so. Ich bin sensibel. Ja, komm. Sie kommen zu ihren Treppen hoch. Sie läuft hinterher. Ich bin im Schießfach. Ich bin safe. Hundertprozentig. Heil dich hoch. Sehr guter Checkpoint war das gerade. Habe ich genau gesehen. Hast du dich von hier? Nein, ich will dich nicht vertreten. Äh, als ob sie das sieht. Die ist Drell zum Schießfach gelaufen. Woher wusste sie, dass ich da drinnen bin? Ey, weil du vorher gelaufen bist oder sie hat den Skill. Sie hat auch Messer. Komm. Oh Gott. Ich habe da schon locker eine Minute drinnen gestanden im Schrank. Bei den Crash-Pro-Waren sind schon lange weg. Ich höre einen Generator. Aber sie lässt mich immer wieder fallen. Mich nicht. Oh Gott. Oh. Nein! Oh. Der Killer war direkt hinter mir. Amana. Zick. Nix da. Ja, ich bin ja hingerannt. Ah, ja, genau. Ich heile mich hoch. Ja, ich... Das gilt hier, Schatz. Ich kann auch mich aber hin. Der Generator... Ist das der einzige Generator da unten bei den, äh, äh, Folier? Oder was das ist? Nee, ich glaube nicht. Lass mich. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Er ist hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Du siehst du auch genau neben die Palette, Alter. Ich bin gleich hochgeheilt. Ihr seid beide sehr weit weg. Ich heile dich nicht. Ja. Ich heile dich jetzt nicht mehr. Ich gründe doch nicht hinterher wie so'n Hund. Ich suche... Ich suche einen Generator. Wie geht das denn so schnell? Heilig. Sprühe doch nicht runter. Ich hab die ganze Zeit sich heilen wollen. Ich hab einen Generator gesehen. Ich werde bald verbluten, wenn das so weitergeht. Hä? Riecht doch nicht ab. Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh, sie hat sich abgeworfen. Wie komm ich denn nach unten? Ich bin komplett erholt. Ich mach den Generator unten. Wie komm ich denn runter? Fritz, bist du erholt? Ja. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ach, du kommst schon, okay. Ich gehe schon. Mach weiter. Ich mach den Generator weiter. Ich bin unten in Folie. Den Generator machen. Sie ist... Oh, ja genau. Oh Gott. Wir müssen uns mal... Ach, jetzt liegt ich gerade. Mach den Generator weiter. Ja, ja. Solange sie nicht in meine Richtung kommt. Lenkt sie schön ab. Ich bin bei der Hälfte Generator. Jetzt kommt sie. Oh. Oh. Doch nicht. Doch nicht. Wo ist sie? Erzählt mir, wo sie ist. Bei mir. Okay, sag das doch. Okay, ihr liegt beide, okay? Warst du noch nicht ganz hochgeheilt? Nein. Ich war noch nicht fertig. Unglaublich. Ich hab's noch nicht geschafft. Drei Viertel bin ich hochgeheilt. Warum bist du beide fertig? Äh. Nicht hochgeheilt, sondern repariert. Oh nein. Nein, jetzt kommt sie. Ich glaub das nicht. Jetzt kommt sie. Kurz davor und jetzt donnert sie wieder gegen. Wo warst du denn? Wo ist er denn? Ach, das ist so ätzend. Die mit ihren komischen. Ich repariere mich. Der Generator ist fast fertig. Sie hat nicht gegengetreten. Kommt sofort zum Generator. Wo denn? Hier, bei mir. Ich liege. Mach den Generator fertig. Mach den Generator fertig. Oh shit. Als ob sie mich trifft. Mach den Generator fertig. Oh Mann. Ja. Nein, ich muss dich heilen. Sonst stirbst du. Okay, Generator machen. Mach dir das auch zu mir und halt mich hoch, weil ich kriege am Boden. Wo bist du denn? Guck auf. Ja. Let's go. Wir haben den Ausgang. Oh nein. Nicht hier oben. Man hört auch nicht aus welcher Richtung. Ich mach den Ausgang hier gleich recht. Sehr gut, sehr gut. Wie hat sie mich denn jetzt getroffen? Hä? Oh Gott. Hä? Wo ist sie denn? Oh, sie macht immer. Hä? Wo wirft sie denn die Dinge? Ja, sie ist sie wirft. Oh, wie mies ist das denn? Jetzt kannst du kommen, Robert. Komm, komm, komm. Bin unterwegs. Bin unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh nein. Oh mein Gott. Mach auf, mach auf, mach auf. Mach auf. Irgendwie liegen wir hier. Bleib da, bleib da, Robert. Ne, jetzt musst du auch. Oh nein. Was ist das denn? Ich wollte, ich wollte einen von euch heilen. Jetzt verbluten wir alle. Er lässt uns alle verbluten. Er macht uns die Tür auf. Lull. Ja, aber Robert wird sterben. Ja, ich schaff's nicht mehr. Ihr werdet schaff's kaum. Ich schaff's nicht mehr. Nein, ich werd sterben. Guck mal, sie trinkt dich hin. Er hebt mich auf. Ja, sie trinkt dich hin. Oh, ist, ist das ein Ehrenwerter? Aber die lässt mich nicht. Lass sie doch fallen. Oh, ich werde verbluten. Elendig. Ach, nö. Mich lässt sie verbluten, die Drecksau. Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Aber die hat mehr als schade. Oh mein Gott, ich bin entkommen. Echt jetzt? Ja. Sie hat mich einfach in der Luft gelassen. Ich hab mich doch irgendwie... Ich glaub, ich wär jetzt verblutet, wär ich weitergekrochen, oder? Ich glaub, sie hat sie mich sogar gerettet. In dem Sinne. Sag mal, GG-Killer. Danke. Schreib mal in den Chat. GG-Killer. Wir wären schon locker, keine Ahnung, wie oft gestorben jetzt. Ach, der hat das gleich am Anfang alle gekriegt. Ach, guck mal, der Killer schreibt sogar. Sie, sie ist mit Herzchen. Och, süß. Ist das süß. Oh, guck mal, wir waren echt alle sehr gut. Der Killer war auch sehr gut. Ja. Wir haben gut Punkte gemacht. Wir haben alle gut Punkte gemacht. Skadi hat die Gruppe verlassen. Nee. Oh, jetzt. Oh, ja. Jetzt. Oh, ja. Oh, jetzt. Oh, nein. Oh, ja. Ich bin auch rausgeflogen, wie es so aussieht. Ich bin auch mit der Allerwirtstimme. Ich weiß, wie was abgeht. Ich geh mal jemanden... Ich bin halt rausgeflogen. Lobby beitreten, ne? War das, ne? Gruppe beitreten bei Lisa. Keine Ahnung, warum man jetzt dann dauernd rausfliegt. Also, es liegt ja anscheinend nicht an mir. Es passiert ja wohl anscheinend jeden, ne? Ja, die basteln doch an den ganzen Spielen gerade. Okay. Also, durch den, weil sie es fertig haben wollen. Puh, das war nice Spiel. Das war, aber der Killer hat uns auch ehrlich gesagt... Er hätte, er hätte im Prinzip alle getötet. Weil wir lagen, wir lagen alle. Ja, er hätte uns killen können. Er hätte uns echt, äh... Aber so hat er uns wieder hochheilen lassen. So würde er nochmal Punkte bekommen und dann hat er uns nochmal... Aber ich wäre fast verblutet, ne? Der Killer hat mich echt gerettet. GG Killer. GG in den Chat. Nein, nicht so. Genau. Genau, auch in den Chat. GG. So, so, so. Mit 1, S und Doppel-O. So, ach so. Weil Streamlabs... Streamlabs hängt ein bisschen. Aber der Stream selber hängt nicht, ne? Nee. Nee, nee. Ah, ich hab mal groß gemacht. Ich hab mal groß gemacht. Jetzt funktioniert es. Nee, nee, es leckt gar nichts. Es läuft sehr gut. Drück mal bereit. Ah, sag das doch mal... Lisa. Lisa auch, ja. Lisa? Lisa? Warum... In welchen Füllen war das? Lisa? Was? Das war nicht Halloween. Hat da jemand genießt? Ja. Ah, ja. Ein bisschen. Gut gemacht, Bubi. Einsammelspitze. Doch, meine letzte Runde jetzt. Nee. Nee, nee. Das ist ein GTA? Du zockst kein GTA heute. Das kannst du knicken. Nein. Du hast heute... Du hast Verbot. Wir haben hier auch Halloween-Spessel. So ein Kameradenschwein. Das werde ich mir auf meine Art merken. Nein. Ist das noch Mülle-Milch? Nein. Ja, auch das zu essen. Warum? Fettwirt. Wie nett ihr seid. Weil ich bis vorhin bin, wo Kinder nicht rankommen. Ja. Ja, Lisa, red mal ein bisschen lauter. Wir hören dich nicht. Ich hab mit meiner Frau gesprochen. Deswegen, red mal ein bisschen lauter. Wir wollen das auch hören. Ja, nicht nur flüstern. Ich würde es auch hören. Nein, seid gerade geguckt, warum unser... Und bei der Hexe dieses Perk, ähm... von Ihnen von... ähm, ähm, nicht geht. Welches denn? Es liegt daran, weil da wohl viele Bugs sind. Und, ähm, da sind wohl irgendwie einige Toten. Ähm, in einer Position, wo der Killer nicht rankommt, um unseren Toten, weil wir ihn gesegnet haben, nicht zerstören kann. Und deswegen wäre das unfair. Und deswegen machen die das gerade wieder fresh. Fresh. Wir sollen mal uns trotzdem vorteile. Ja, echt mal. Ja, und die Maps kannst du so nicht mehr auswählen. Wo es ja die Bugs drauf gibt, aber es kann trotzdem noch sein, dass die per Zufall erscheint. Und dass du trotzdem auf diesem Map spielst. Äh, ist das schwer. Achso, wo ich hier dann brauchst. Ja, toll. Die einzige Betauschlampe? Ja. Oh, oh, ich sag nichts. Das ist für meine Hintergrundbild. Könnte man ja als Hintergrundbild. Das sieht schon echt nice aus. Vielleicht gibt es das ja wirklich als Hintergrundbild. Wer weiß es. Vielleicht gibt es das offizielle Hintergrundbilder von Dead by Daylight. Dann kannst du die down, ohne diese Schrift da unten, weißt du. Hm. Ich bin schon seitdem, ich bin schon. Aber der wäre jetzt eh. Uff. Hm, hm, hm. Hm. Ja. Interessant. Hm. Ah, ja. Oh. Oh. Nice. Ich habe ihn gerade genervt. Der ist jetzt drin. Ah, ja. Wer ist drin? Paul. Paul. Oh. Ach. Ach hier. Ich habe gar nicht gehört, dass er reingekommen ist. Aber so viel Quatsch, ne? Ja, wir können ihn ja wieder als Killer nehmen. Nee, dann kriege ich keine Punkte, ne? Hm. Bis dann. Das dauert schon wieder verdächtigst lange, ne? Hm. Hm. Meine Hand juckt. Mhm. Das bedeut... Welche Seite? Rechts. Rechts bedeutet, du gibst Geld aus. Links bedeutet, du kriegst Geld. Ich habe heute Geld ausgegeben, ja. Siehst du? Pass. Hä? Sorry. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Da sein. Hallo. Moin. Moin. Hi. Wie geht's? Habt ihr auch Spaß hier beim Reparieren? Ja. Das ist cool, ne? Macht Spaß, so. Kabel verlöten und so, ne? Macht Spaß. Also, ich finde es auch sehr interessant, muss ich hören. Warte mal. Ah, schau, ja. Ich habe auch einen grünen, auch einen blauen gemacht. Das war falsch. Ah, da ist der Nullleiter. Okay. Ah, ich habe einen Schock. Ah, ich habe einen Schock bekommen. Aber es ist alles repariert. Irgendwo. Der Nullleiter? Ja, eine Nullleiter. Kennst du das nicht? Nein. Der Nullleiter ist immer der, äh, gelb-schwarze, gestreifte. Der, äh, ist dafür da, damit man keinen Schock bekommt. Das ist der Anime-Typ. Ja, moin. Haben wir euch wieder. Ich habe einen Generator gefunden, übrigens. Tapfer. Plus 23. Nice. Hä? Wer ist da? Ich habe gar kein Geräusch gehört. Lull. Es kam gar kein Geräusch. Der war die ganze Zeit bei uns. Null. Oh, nö. Okay, da ist er. Kommt er in meine Richtung? Ja, kommt er. Nö, verpiss dich. Verpiss dich. So viel Zeit muss sein. Ist, äh, dein Stream hackt ein bisschen. Ja, sehe ich auch, sehe ich auch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Warte mal. Oh, wo ist denn der Pfeil? Hey, ach, der ist fertig, ja, moin. Ich musste gerade was im Hintergrund machen, also nicht wundern. Ich weiß nicht, wo es gerade hakt, kann ich dir nicht sagen. Ich musste die Grafik mal ein bisschen runterstellen. Ach, nein. An der Grafik kann es nicht liegen. Okay, das war dumm. Ich hoffe, es hakt nicht jetzt beim Checkpoint. Charlie. Oh ja, es hat gehakt. Lol, er schießt in meine Richtung. Oh. Oh. Er kommt jetzt in unsere Richtung. Er, wenn einer in der Nähe ist, kann er den Killer abhaken. Äh, den Überlebenden abhaken, also lieber. Ich bin kanziiert. Ja, ja. Okay. Okay. Der rennt weg. Oh, ich bin jetzt da. Ich hole es jetzt vom Haken. Ah, der Killer ist da. Er rennt mir hinterher. Okay. Hä? Oh Mann, hört auch nicht aus welcher Richtung, ne? Du hast ihn nur da zuletzt gesehen. Das ist einfach nur ätzig. Du musst auch gucken. Naja, ich hab ja in der Richtung geguckt. Er war da, wo er in Haus war und dann kam er auf einmal von der Seite. Totaler Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Also es ist einfach nur ätzig, dass man nicht weiß, aus welcher Richtung der Killer kommt. Das ist überhaupt nicht real. Das ist no real. Das hat nichts mit Realität zu tun. Ach, der läuft ja schon. Ach, ne, läuft doch nicht. Jetzt, du bringst da. Ich hab mich geguckt. Nein, der war fast fertig. Wir haben da zur Franzi, da wo sie liegt. Der General passt so gut wie fertig. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Ich bin am strugglen. Phase 2. Warte. Hey, Hupi vom Haken. Ich hab den. Warum läufst du weg? Ich muss leer anholen. Ich seh' nicht. Direkt vor dir. Hä? Warum läufst du den? Nicht, nicht, nicht Fluchtversuch. Nicht Fluchtversuch. Alles gut. Warum machst du's denn? Ja, genau. Ach, komm. Wozu? Ach. Ich hätte mich erst heilen sollen. Hast du richtig vier Heilen? Also was, okay. Gut. Okay. Ähm. Ähm, kurze Frage. Hm. Habt ihr auch 666.666 rote Blutpunkte bekommen? Nee. Ich hab jetzt 688.537 Blutschulde. Äh. Ah, ja, genau. Ja, 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 ja. Äh. Ich hab null ausgelassene Frames. Also es kann nicht an der Grafik liegen. Okay. Sag mir bitte, woran's liegt. Nicht richtig eingestellt. Keine Ahnung. Ich hab auf 3,5 gemacht. Muss ich noch... Bei mir? Nee. 3.500, 3.500, so wie ihr gesagt habt. Die Auslastung vom CPU ist bei 7% bis 10%. Hm. Oha. FPS hab ich 3,30 eingestellt. Ich versteh's. Ich weiß nicht, woran's liegt. Erklär mir das bitte. 30 FPS ist viel zu wenig. Ja, aber es hakt. Oh mein Gott. Als ob er genau da... Oh mein Gott. Außerdem bin ich noch kein Partner. Paul, ich bin übrigens noch kein Partner. Da kann man nicht mehr als 30 FPS machen. Wenn du das noch nicht wusstest. Ach, du hast ja dich gar nicht hochgeheilt. Nee, oh, jetzt hab ich die ganze Zeit gelarbeitet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Okay, das war Lost. Ja. Das war Lost. Okay, das war Lost Play von mir. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich mach nen Fluchtversuch. Keine Sorge. Ah, nee, geht ja gar nicht mehr. Ach, scheiß drauf. Nee, wir sind jetzt alle in Brot. Also, ich hab null... Ach, das zusammensterben. Ja, aber... Wer... Wer ist denn Experte? Wer kann mir denn sagen, woran es liegt? Dass du dich hochgehalten hast. Nee, das meine ich nicht. Es hakt halt immer noch, ne? Es hakt halt immer noch. Warte, ich kann ja mal... Was, bist du auch kalt? Nein, ich hab mich jetzt nicht... Was ist denn nicht? Weil ich dachte, wir sind jetzt tot. Ist das... Oh, du bist nicht besser als Robert, Alter. Ach, Mann. Nicht ernsthaft jetzt. Ich raste aus. Er lässt mich liegen. Heißig hoch. Ja, hab ich jetzt. Nichts. Stream-Kalität ist gut. Ich wusste, dass ich da bin. Oh mein Gott, das muss ich einfach nochmal rauslegen. Einfach nochmal rauslegen. Tja, kannst du nicht sagen. Ich bin tot. Gut gemacht. Also, props in dieser Runde an Robert und Franzi? Ja, das war lost. Weil ich meinen Stream geleckt habe, habe ich mich hier nicht mehr darum gekümmert, ums Spiel. Mann, Mann, Mann. Er sucht mich. Ich hab mich nicht mehr versteckt. Hä? Er läuft einfach an mir vorbei. Hä? Such die Luke. Oder such dir die Luke? Ja, er ist an dir vorbeigelaufen. Ich weiß, ob er sucht die Luke. In der Richtung, wo du läufst, solltest du vielleicht nicht, äh, er gelaufen ist, solltest du vielleicht nicht laufen. Weil dann, in der Richtung sollte er... Nein, ich hab ihn ja sowieso. Ja, äh, das ist doch gut. Er hat sich bekommen. Es gibt doch eigentlich gar keine Möglichkeit mehr zu verkommen, oder? Es sei denn, er hebe dich auf. Ja, also... Nö. Hm. Ja, super. Ich hab's auch. Ich bin Silber 2. Ich bin Silber 3. Und weißt du was, wo ich dich älgern kann? Ich bin Silber 0. Hier, Franzi, guck mal hier, äh... Da schnell... Hier, ich mach mal Desktop. Da siehst du hier unten, null ausgelassene Frames. Da muss man ja draufdrücken, guck hier. Gar nichts. Auslastung, CPU, null ausgelassene Frames. Bitrate, sehr gut. Oder muss ich die Bitrate noch tiefer machen? Nee, ist eigentlich alles gut. Er zeigt mir 3.700 nämlich an. Muss ich auf 3.700 gehen? Ja, geh mal auf 4.000 an. Dann musst du den Stream nochmal neu starten. Bist du sicher, dass es denn daran liegt? Es leckt ja im Spiel. Es leckt ja im Spiel. Es ist ja nicht das Internet. Ich hab ne Tausende. Ich hab ne, äh, äh... 100.000, 100.000er Leitung. Hier leckt gar nichts im Internet. Hier, hier leckt nirgend so was. Ich kann ja mal eines, äh... Speedtest machen. Ich weiß es nicht. Hieran muss man doch erkennen können, woran das Problem liegt, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, und hier gibt's aber keine... Wie du sehen kannst, keine Probleme. Ich kann ja mal draufdrücken. Ich will essen. Nee, gar nix, ne? Der steht ja auf der Spielqualität. Das ist gut. Ja. Dann sag mir, woran's liegt. Grafik kann's ja nicht sein, oder? Das kann auch mal für das Internet sein. Nein, das Internet ist es nicht. Dann würde da, äh, ausgelassene Frames stehen. Nein, es kann sein, dass kurz gerade vielleicht so ein kleiner Hänger war. Nein, das hab ich, das hab ich jedes Mal, wenn ich Dead by Deluxe spiele. Das war letztes Mal auch so, dass es zwischendurch ein bisschen geladgert hat. Aber keiner, keiner kann mir verraten, woran's liegt. Ich weiß es, ich weiß es halt noch nicht. Grafikkarten-Update hab ich gemacht. Grafikkarte kann es auch nicht sein. Also ich... Mehr Infos. Sie haben keine Benachrichtigung. Guck mal, keine Benachrichtigung. Also, also es gibt's auch keine Probleme mit dem Internet. Wollst du rein? Oder wollt ihr noch spielen? Ja, klar, wollen wir noch spielen. Wollt ihr, ich wollte es ja nur zeigen. Ja, ich bin noch da. Ja, 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 ja. Ich bin noch raus. Echt? Nee. Oh, schade. Ja, ich, 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 ich pushe grad meinen Keller übrigens auf. Ja, dann komm, dann komm zu uns rein. Wir sind jetzt wieder einer frei. Ja, ich wollte ja Killer machen. Nee, ist nicht mit Killer. Du kommst jetzt schön als Überlebender. Jetzt kommst du schön zu uns. Weil du hast mit uns doch gar nicht gespielt. Tom hat es einmal probiert, aber das, ohne Discord bringt das nix. Aber du siehst, Franzi, es, es gibt keine Lösung für dieses Problem. Wenn man das Problem nicht mal kennt. Also ich hätte jetzt, also bei mir mache ich das immer, dass ich die Grafik unterstelle und dann läuft es bei mir flüssiger. Ja, aber ich habe eine 2070 Super. Ja. Meine Grafikeinstellung ist nicht mal ansatzweise ausgelastet. Das stimmt. Und ich habe nur meinen eigenen Stream in den Hintergrund laufen. Damit nur was... Dann würde ich tatsächlich trotzdem das hoch machen wieder. Wenn du da 3.000 hast, würde ich da jetzt 4.000. Auf 4.000 hoch. Ja, das einmal ausprobieren wenigstens. Ja, aber nicht mal heute. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Das mache ich dann beim nächsten Mal, ne? Weil ich mache jetzt nicht den Stream deswegen aus. Mhm. So. Wo bleibt Tom? Paul? Ah, ne, wir müssen nicht bereit gehen, ne? Wir müssen auf Paul warten. Ich habe ihn schon eingeladen. Ja, er ist schon drin. Ja, er ist schon drin. Die Clip. Klick. Alter, das ist... Was du immer für einen scheiß Namen hast. Tom hat auch so einen bescheuerten Namen. Ist so. Was ist ein bescheuerten Namen? Was steht denn da? Ja, äh, du Clip. Die Clip. Die Clip. Die Clip. 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 Da steht Dickpick, aber okay. Da steht nichts mit Dickpick. Nicht ansatzweise. Ach so, doch. Die... Also, also, das sollen... Das I, I sollen langes I sein für die Clip. Die Clip. Die Clip. Die Clip. Du verstehst das. Nee. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mach einfach einen normalen Namen. Der Name ist einfach irgendwie... Weiß ich nicht. Kann man... Kann man machen, muss man aber nicht. Wenn ich so einen 0815 Namen habe wie du. Ja, aber lieber 0815 als... Als, äh, immer zu fragen, wie wird dein Namen ausgesprochen? Wenn's auch wieder gut, ne? Aber noch's noch bereit. Anstatt dich einfach Mixery zu nennen. Ah, ich hab jetzt... Äh, wahrscheinlich. Ja. Ja, warum nennst du dich hier nicht so... Ja, ich hab hier nicht so... Ja, ich hab hier nicht so... Warum nennst du dich hier nicht so? Ich hab gerade 680.000 Blutpunkte ausgegeben. Ja. Ende mal deinen Namen bei Steam. Aber was, äh, was bringt das... Was bringt das da in der Mitte da? Diese Punkte? Äh, das sind Scherben. Die Christus... Was bringt man da? Da, da kannst du Sondersache kaufen. Kannst du entweder Überlebenden kaufen, wenn du genug hast, oder Perks kaufen? Ich hab 1120. Kannst du nichts machen. Nee. Ist zu wenig. Für Praks brauchst du nur 2.000. Und für Überlebende meistens so wie 8.000. Nein. Was, warum wechsel ich? Möchte ich auch kein bisschen. Ach, soll ich sich nur ein Ding auswählen? Anpassen. Nein, nicht anpassen. Aufstattung. Was ich ein bisschen scheiße finde... Ich hab ne, äh, Dings. Und ich bin mit meinem Steam auch schon runtergegangen von 1080 auf, äh, weil man das ja gar nicht übertragen kann, ne? Bin ich auch auf 720 runter, weil... Guck mal, ich wieder. Dadurch, weil wir... Dadurch, weil wir als, äh, keine Partner von Twitch, äh, sowieso nicht Full HD streamen können und auch nicht auf 60 FPS, hab ich das halt runtergestellt. Aber zwischendurch hatte er einfach doch mal Bock zu lecken. Also ein bisschen zu hacken. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich hab Bock zu lecken, hatte. Naja, das nennt man ja lecken, ne? Ja. Ja, ist gut. Ja, das hat er gerade gesagt. Er ist gut. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht den Grund. Ich hab's jetzt... Ich hab jetzt alles Unnötige ausgemacht, was es gibt. Aber da kann's halt nicht liegen. Ich hab ne Auslastung von... 4% gerade. Grafikauslastung ist gerade bei... Verschwinden geringe. 10%. Die schon mal. Ja. Ich hab immer noch, äh, 28 Gigabyte Arbeitsspeicher frei. Daran kann's auch nicht liegen. Ich weiß es auch nicht. Ich bin da echt ratlos bei sowas. Ja. Ich kann keiner helfen. Das ist das Problem. Keiner. Einfach alle... Niemand auf der Welt. Niemand auf der Welt kann helfen. Und weiß, woran es liegt. Das... Das ist ja leider das Problem. Oh mein Gott. Guckt euch mal das an. Oh, das wäre ja schon durchs Hintergrund. Oh. Ist das hübsch. Das könnte man eigentlich mal... Vielleicht drück ich mal F12. Guten Morgen. Wir haben 6 Zuschauer. Guten Abend. Die Herren. Die Damen. Hallo. Habt ihr denn keine 666.000 bekommen? Doch. Wir haben sogar... Ich hab sogar 800.000 bekommen. Wie? Der Franzi auch. Warum auch immer. Warum 800? Weil wir noch Noob waren und du warst schon fortgeschritten. Nö. Ich sag mal wegen PC. Ja, dann ist es Gesichtskontrolle. Weiß ich auch nicht. Gesichtskontrolle. Wenn ich jetzt mit dem PC reingehe, bekomme ich das nochmal? Nein. Nur... Ja, wenn es ein anderer Account ist. Richtig. Kriegst du nochmal. Nein. Naja. Ich bin bei Dylan hatte Mitleid mit euch. Let's go. Ne Outdoor-Map. Oh. Meine Lieblings-Map. Ne. Stimmt nicht. Das war das mit dem Feld. Und das ist übrigens mal Nacht. Nicht mal Tageslicht. Woll ich nur mal sagen. Woll ich nur mal sagen. Keine Ahnung. Ach, da ist ein Genorte. Ich hab einen mit Kerze. Hat jemand die Aufgabe? Oh mein Gott, der kommt. Ist das die Krankenkwester? Ach nö. Muss das sein. Der war aber ein ziemlich früh gewesen, der Checkpoint. Werde ich fast verkackt. Puh. Oh, meine Nase juckt. Oh, das ist... Oh. Äh. Was denkt ihr euch her? Na, bei mir hat sie gerade abgelassen. Sie hat gar keinen Bock auf mich. Vicky-Elisa hatte gerade zweimal Glück gehabt. Ist ihr ausgewicht. Ja, also... Oh, sie kommt? Ja, ja. Sie kommt zu euch. Ich mach den Generator weiter. Nein, ich sag ja, irgendwie hat sie verbrochen. Nein, ich hab gemerkt. Ist es irgendwo am Bagger? Bagger, 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 Bagger. Ich muss nicht mehr, wenn er das aufschwertet. Da ist ein Toten. Du hörst mir. Er kommt. Killer, komm. Was spielt das mit dir? GTA. Also. Ja, der ist irgendwie schlecht. Robert, hier oben ist eine Truhe. Ja. Falls du willst. Ja. Ja, wo ist eine Truhe? Auch hier auf dem Berg. Auf dem... Ah, doch. Ja, der Kitterkiller hat mich gesehen. Alles gut. Pürofies. Loll. Ich hab einfach keinen Bock auf mich, oder? Wo du gut ausflüchten kannst. Ich muss gerade flüchten. Ich mach hier... Powerwalk. Ah, okay. Nein! Scheiße. Ist ganz weit weg. Ja, ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen was gemacht. Ich hab sie zwei Minuten abgelenkt. Ich hab sie zwei Minuten abgelenkt. Und es leckt gerade bei mir wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Game-Lack. Ich komm gleich, Robert. Grafik. Ein bisschen. Qualität! Du, die Qualität ist bei mir sogar mittel. Nicht mal hoch. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, mich hör doch einfach auf. Und du beendet auch nichts. Automatische Anpassung. Ja, es liegt ja eigentlich nicht an einer, äh, äh, Dings. Geht einer Robert holen, oder? Nee, ich mach mit dem Generator. Aus. Ich mein, er ist ja fertig. Kann man nie recht gemacht. Ich weiß nicht, ob es sowas bringt, aber... Oh mein Gott. Sie hat mich nicht gesehen. Ich bin direkt an ihr vorbei. Ah, das ist auch ein bisschen... Die Mennen. Nicht da lang. Oh, ja. Ich bin dir nur hinterhergelaufen. Ja, sie ist natürlich hinter mir her. Ganz klar. Ja, das ist klar. Sie ist hinter mir her. Ah, Mann. Sick. Das erste Tor ist offen. Ich mach das andere auch mal auf. Ja, das war's für mich. Nee, ich hänge erst das zweite Mal. Ihr könnt mich noch rein theoretisch holen. Ja, wir holen dich noch. Ja, bitte. Ich muss kämpfen. Ah, hier ist ja jemand neben mir. Das andere Tor ist auch gleich auf hier bei mir. Oh, lol. Ja. Ist auf. Ja, ich bin gleich tot. Sie verfolgt mich schon wieder. Ich bin die ganze Zeit. Oh, ja. Mann, ihr fresset. Man weiß nicht, von welcher Seite die kommt. Ich ver... Ach, ist das ätzend. Fass... Ja, jetzt liegen wir zu zweit. Ihr hättet lieber alle drei weglaufen sollen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja, ich bin tot. Mach's gut. Ich... Ich geh in den Himmel. Kein Bock mehr. Der Killer hat... Der... Der wollte mich einfach. Er wollte wenigstens einen Kill machen. No. Ja, ja. So ein Bust-Up-Killer, Alter. Wirklich. So ein Bust-Up-Killer. Ihr müsst... Da ist nur ein Kill hinterher. Ihr müsst... Ich bin auch raus. Ich bin auch raus. Okay, da kommt man nicht mehr hinterher. Franzi, rechts, Franzi. Hier, wo ich hinleuchte. Ich weiß, das ist echt schon. Bist du raus, Steffi? Ja. Franzi? Sie ist bei uns ja? Ja, gut. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus, ich glaube, mein Papa Lisa. Seid ihr noch? Wir sind draußen. Ja, dann haut ab. Ja. Ja, der Killer wollte mich haben. Keine Chance. Ich habe mich direkt davor gestellt. Ich habe ihn voll eingeleuchtet. Der hat nichts gebracht. Ja, einige haben ja auch so einen Park drin, dass Taschenlampe bei denen nichts wirkt quasi. Auch noch? Gibt es auch noch? Ja. Lul. Wozu bringt dann die Taschenlampe was? Ich lege mich schon hin. Gute Nacht. Wie jetzt? Gute Nacht. Entschuldigung. 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 Ich sehe auch mal die letzte Runde. Nein. Das ist nicht. Wir streamen gerade erst mal eine Stunde. Also zwei Stunden müssen wir schon machen. Nee. Wie nee? Oh, halb eins. Wie nee? Ja, dann spiele ich noch ein bisschen World of Fanks danach. Mal sehen, wie die Runden laufen. Ich habe auch schon noch nicht mehr. Ja, aber jetzt leckt es komischerweise nicht mehr, ne? Also ich habe jetzt bin ich auf niedrig gegangen, Einstellung. Also es war Mittel. Es kann nicht die Grafik sein. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich habe so eine mega starke Grafikkarte. Was bringt die Halloween-Pro-Dose? Das ist ein Erste-Hilfe-Ding. Vielleicht sollte ich über die Grafikkarte streamen und nicht über den CPU. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, klingt schon mal gut. Ja, der CPU ist aber auch stark. Das ist ein 9700K. Fein, stimmt ja irgendwas mit deinem PC nicht. Ja, vielleicht stimmt irgendwas nicht. Vielleicht sollte man ihn auch einfach mal aus dem Fenster schleißen. Der ist ja auch nur ein Jahr alt und kostet 1500 Euro. Dann gib ihn lieber vorher mir, bevor er ihn rausschmeißt. Damit du die Lecks hast? Na, ich will ja nicht streamen. Ich will zocken. Ah ja. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich ihn aus dem Fenster schmeißen. Ja, aber so ich nicht mehr. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich ihn aus dem Fenster schmeißen, meine Güte. Außerdem, Paul und Steffi, ihr seid ja immer noch da. Wir könnten ja eigentlich weiterspielen mit einem Random. Random? Mit einem Random. Also ich würde jetzt nur noch zwei machen und dann auch auf ins Bett. Wozu? Hast du morgen einen Termin? Du hast Urlaub, du musst morgen noch gar nicht arbeiten. Nee, ich muss morgen nicht arbeiten, aber eigentlich... Was? Ich gehe zum Jobcenter, aber normalerweise weiß sie, dass ich arbeiten muss. Und deswegen hat sie nur Lisa einen Termin gegeben. Und dann wollte ich eigentlich mit, aber Lisa hat schon gesagt, sie kann auch alleine. Naja. Kann ich doch noch ausschlafen. Ja, dann können wir doch noch weiterzocken. Wo ist denn das Problem? Wir machen jetzt die zwei Stunden voll. Hast du gehört, Charles? Machst du aber Licht aus und so, ne? Machst du Feinste zu? Erst was ich getan habe, hab's Feinste zugemacht. Und die Runden laufen noch sehr gut. Ich bin da auch schon wieder in Level 9. In der Tür? Und ich bin Prestige Level 1 übrigens. Ich bin nämlich was Besonderes. Ihr nicht. Ihr blutet nämlich nicht. Ja. Ich hab schon was durch. Ach, dir zu, Schatz. So hörst du mich. Alles gut. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich darf dir. Tschüss. 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 So, ich nehme mal Werkstattkasten mit. Machst du jetzt erst? Schrott. Ich hab zwei Werkstattkasten bekommen. Ey. Oh, ich konnte keinen Zusatz einbauen. Geil. Das ist so cool. Das ist so cool, ja? Ja, sonst halte ich das nicht durch. Ah, ja. Wer denn holt denn Energy? Oder macht ihr einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Ja, dann fang damit an. Wer hat denn die Polizeistation genommen? Oh, keine Sorge. Oh, die Map ist kacke. Nein. Wer hat Polizeistation? Hat Paul genommen? Das heißt, die kommt jetzt safe? Mhm. Wie kann man denn einstellen, dass eine Map safe kommt? Opfergabe. Aber warum? Aber es ist doch eine Indoor-Map, oder? Ja. Ja, großartig, Paul. Großartig, Paul. Keiner von uns wird überleben. Hast du gut gemacht. Das ist die, wo wir gerade verloren haben. Na, weiß ich nicht. Nein. Ja, ne? Großartig. Wir sind doch alle rausgekrochen. Ja, aber der Killer hätte uns gekillt. Ja. Sind wir mal ehrlich? Wir sind dann gut gekommen. Ja, ich weiß nicht, was das soll mit der Opfergabe. Also, das war ja, das war, das war fehl. Das war richtig fehl-LP von dir. Richtig fehl-LP. Weil keiner mag Indoor-Maps. Ich mache nicht aus Berlin. Zumindest von uns mag es keiner. Das wird nicht gut, das wird nicht gut enden. Auch wenn wir uns anstrengen. Weil wir verlieren ist Paul schuldig. Ja, auch definitiv. Kann ich mit leben. Ne. Wir werden dich einfach verrecken lassen. Vor allem in Franziskas letzte Runde. Werden dir nicht helfen. Genau. In Franziskas letzte Runde machen wir jetzt so eine richtige Loose-Runde. In ein paar fünf Minuten sind wir durch. Ja, ja. Genauso wird es nämlich enden. Dann renne ich gleich runter, hole die Decke und dann gehe ich ins Bett. So sieht's aus. Ne. Du guckst schön auf Stream zu. Ja, das auch. Null. Geil, Map. Geile Map, Paul. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Geil. Ich sehe hier gar nichts. Ich weiß nicht, wo ein Generator ist. Ich finde, die Aula ist auch scheiße. Wer steht denn da? Hallo. Bewegt dich doch mal. Hast du einen Generator gesehen? Nein, komm. Ja, drehe mich einmal um. Oh. Ich sehe keinen Generator. Hast du die Sprachen? Hä? Ich habe gerade die Karte, die ich die Dings gemacht habe. Ich meine Karte benutze, musst du irgendwelche doch sehen. Ich habe nichts gesehen. Ich mache den Generator an der Aula. Oder wie man das Ding nennt. Ich habe gerade einen Instinkt bekommen, irgendwie so. Was auch immer das bedeutet. Ah, geil. Es ist wieder ein Killer ohne Herzklopfen. Großartig. Ah, das ist green. Ja. Toast, Toast. Ja. Ja, danke, Paul. Hat Spaß gemacht. Ich bin dafür, dass wir Paul liegen lassen, wenn er tot ist. Den hängen wir nicht ab. Der ist schuld. Wie kann man nur so eine Scheiße machen, ohne uns vorher zu fragen? Wie kann man nur so eine Scheiße machen, ohne uns vorher zu fragen? Oh man, dieser Scheißkiller. Ach man, dieser Scheißkiller. Es macht keinen Spaß, so eine Scheiß-Indoor-Maps. Ja, schön, Paul, dass du lachst. Du machst die letzte Runde einfach nur Scheiße für Franzi. Ist einfach so. Oh, ist doch gut. Nee, ich reg das auf, so was auch noch absichtlich noch so eine Map zu nehmen. Um einen zu ärgern. Er wusste das nicht. Wusste ich auch nicht. Klar liegt die nächste. Ja, ich bin jetzt tot, ne? Danke, Paul. Oh mein Gott. Er hat mir aber nicht gesellte. Doch, Hannah. Er kommt. Auf. Jeff, ist dieser am Haken? Nee, hab sie schon. Robert am Haken? Nein. Ja, wenn ich nochmal am Haken bin, bin ich tot. Ist nicht schlimm. Ja, ja. Kameradenschwein. Oh, shit. So gut, tschüss. Tschüssi. Na? Ich sehe hier keine... Ja, der Killer ist einfach instant da. Was willst du denn machen? Oh, was machst du? Was mache ich? Nein, nicht du. Ich wollte schon sagen. Was soll ich da machen? Ich hänge ein bisschen ab. Ich fliege mal in den Himmel, weil Paul hat gesagt, ich soll als erster sterben. Großartig. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe nicht mal einen Generator gesehen. Nicht einmal, doch, doch, in der Aula habe ich einen Generator gemacht. Aber auch nur für 10 Sekunden. Dann kam der Killer. Ohne, ohne Herzschlag natürlich. Großartig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das gibt es doch nicht. Ja, selber schuld. Selber schuld. Was nimmst du die Map auf? Stirb einfach. Ich konnte gar nichts machen. Wo wird mich angezeigt, wo du hängst? Der ist da oben. Er ist weg. Er ist hinter mir. Komm, ich gehe zu Franzi. Ich glaube nicht. Er ist bei mir irgendwie. Ich gehe auf den Weg, du Hund. Ja, warum springt er schneller runter als ich? Ja, das ist ein Mist geworden. Hä, wie kommt der? Oh. Er geht die Treppe hoch. Da, er kämpft. Wir kommen wieder zu Franzi. Ah, okay. Er ist bei mir. Lauf weg, er kommt zu dir. Kann ich laufen? Jetzt. Verkackt ist er. Verkackt ist er. Ja, natürlich verkackt. Er ist. Wir haben diese Map genommen. Absichtlich. Ja, ich sag nichts mehr. Ja, Paul, passt einfach auf, setz dich irgendwo hin und warte auf die Duco oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, er geht nach oben. Ich muss den Ausgang suchen. Ist das dein Ernst? Du lässt sie einfach einen Stich? Du musst den Ausgang suchen? Nein. Und darunter? Du weißt schon, dass wir noch zwei Generatoren brauchen. Das macht keinen Sinn, den Ausgang zu suchen. Geh hin. Kameradenschwein. Er kommt, er kommt, er kommt. Was war denn eigentlich dein Plan hier bei dieser Map? Muss ich das? Nein, Mann. Entspannend. Er kannte die Map nicht. Ah, ja. Noch besser. Hey, ich bin so gut vom Erholen. Ja, dich kann aber keiner aufheben. Sehr nice, sehr nice. Er wird dich entkommen lassen. Er will dich entkommen lassen. Kannst du mal aufhören? Sag mal, was für ein Mikrofon redest du rein, Mann? Du nuschelst irgendwie. Als wärst du unter ein Aquarium oder so. Oha. Oha. Wie weit bist du von Aquarium weg? Bist du gerade bei Monte oder so? In den 5000 Liter Becken? Er macht hier, wer ist das? Pool Streams. Ja, merk ich schon. Ja, ist doch so. Hört man doch, ne? Man versteht überhaupt kein Wort. So blub, 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 blub. Hört man nur. Ja, genau. Genau das. Genau das. Blub, 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 blub. Ich dachte, du hast ein richtiges Headset. Damit spiel ich. Aha, schon besser. Aber immer noch blub, 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 blub. So, dennoch eigentlich einen schönen Abend. Ich guck noch gleich zu. Ja, schön. Dankeschön. Und ich spinne im Chat. Ich wünsche dich auch. Ja, ich kann das als Überleben zu spielen. Tschüss. Ja, tschüss. Nacht. Nacht. Gute Nächte. So, meine Damen und Herren. Wo bleibt ein Paul? Ich hoffe, er nimmt nicht nochmal sowas. Ich will Kinder spielen. Das geht aber nicht. Dann können wir nicht zusammenspielen. Ich verstehe doch mal den Sinn der Sache. Wir wollen alle Punkte machen. Und wenn du Killer bist und wir nur zwei Überlebenden, das macht keinen Sinn. Verstehst du jetzt endlich einen Sinn der Sache in deinem Aquarium? Wie er stumm nicht bleibt. Ja, brauchst du nicht. Ich kann ja trotzdem weiter reden. Mensch. Also willst du nicht mitspielen? Dann spielen wir alleine. Weiß drauf. Eine Runde will nur mit. Ja, dann muss ich ja wieder abbrechen. Er will Killer spielen. Er will nicht mit uns spielen. Er will lieber Killer spielen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir spielen extra alle zusammen. Wir spielen niemals Killer. Aber du bist der einzige, der Killer spielen will. Großartig. Es macht aber keinen Sinn, Killer zu spielen. Es sei denn, wir sind vier Überlebende. Also fünf Leute. Sonst macht das keinen Sinn. Hallo Skadi. Dann leg dich mal schön ins Bettchen. Und schlaf mit dem Stream ein. Wir machen heute 24 Stunden Stream. Kappa. Nein, natürlich nicht. Dann komm rein. Wir warten. Und pass auf, welche Abvorgabe du nimmst. Ich kann nicht beitreten. Wie bitte? Ich kann nicht beitreten. Du kannst nicht beitreten. Du kannst nicht beitreten. Du bist doch beigetreten. Du bist doch beigetreten. Du bist beigetreten. Ich hab dich nicht mal als Freund, ne? Weil ich diesen Namen gar nicht kenne. Passiert. Warum? Warum änderst du nicht deinen Namen? Warum? Weil dieser Name keinen Sinn ergibt. Dein Name nicht. Ja. Mein Name kennt man schon seit 10 Jahren. Dein Name ist einfach wieder neu ausgedacht. Wie jedes Mal jeden Facebook-Profil jedes Jahr ein neues. Wie Tom das macht, Chris das macht, du das auch machst. Steffi zu dir auch. Jedes Mal neuen Lahn. Ist das jetzt der Account, wo es gehackt wurde? Ist das der? Nein. Ich bin über PS4. Achso. Ich bin über PS4. Und da kann man nicht denselben, äh, äh, Nein. Steam-Account nehmen. Nein. Wieso? Darum geht das nicht? Vielen Dank. Also, du spielst ja gar nicht über Steam, ne? Du sollst bereit drücken. Achso. Ja, hab ich. Ich spielst ja gar nicht über Stream. Steam, ne? Nein. Nein, immer noch über PS4. Ja, ich, ich dachte, bei der PS4 gibt's auch Steam. Ja, wahrscheinlich. Hätte ja sein können. Du bist immer noch nicht bereit. Natürlich habe ich. Es steht doch abbrechen. Er sucht das schon. Ne, aber mir steht nicht bereit. Oh. Laber ihn nicht voll. Ja. Hast du gehört? Laber mich nicht voll. Nein, du meintest jemand mich. So, so mein Killer. Mensch. Und komm ein bisschen weiter aus dein Aquarium raus. So weit hinten, dann hört man nicht mehr. Es blubbert dann nur noch. So. 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 Spielst du gerade am Handy. Setz' auf deinem Handschule wie? M? Ah, aber du bist gerade am Handy. Das seht doch bis hier. Nein. Ja, 100%ig bist du gerade am Handy. Nein. A-ja, a-ja. A-ja, a-jaa. Nmä-ja-ja. er erinnert der entgegen einiger wenn sie gut in der dringenden Stelle so und dann und dann machen wir einen Kopfstand kann ich nicht klar kannst du das nicht richtig ist muss jetzt zum Auto okay der Decke holen nun und diese im Auto Ja, er hat ein Auto letztes Nacht geschlafen. Krass. Wenn er unterwegs war. Wo war er denn? Das weiß ich nicht. Wer war irgendwo unterwegs, hab ich vorher mitbekommen. Obwohl wir bei Frank Manis waren. Ich bin übrigens Spielerstufe 78. Großartig. Und du, Robert? Spielerstufe? Bei mir. Oben rechts steht das. Ich sehe nichts. Irgendeiner hat nicht bereit gedreht. Wir sind alle aufbereit. Guck, bei mir steht nicht bereit. Dann lass doch mal alle nicht bereit. Das macht keinen Sinn, dann suchen wir wieder von vorne. Da ist er doch, da ist er doch. Da ist er doch. Ach, er ist doch der vierte drinnen gerade. Der ist gerade reingekommen. Nein? Doch, der ist gerade reingekommen. Der alte Mann hier. Der muss nämlich bereit drücken. Da misst keiner. Ja. Dann guck in den Stream. Das liegt daran, weil die Playstation Version langsamer ist anscheinend. Nein, das sind keine Bugs. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Das sind allgemein ein bisschen viele Bugs momentan. Ja. Ja, ja, weil sie noch viel rumarbeiten jetzt. An dem Spiel. Ah, Mahlzeit. Da kommt der Energy. Oh, guck mal. Wow. Das könnte man ja glatt als Hintergrund nehmen. Ich rück mal öfter. Hä? Ich bin immer noch da, aber nicht bereit. Hä? Wir sind jetzt schon längst in der Lobby. Wir suchen schon. Ja, es wird schon geladen. Ich nicht. Ja, er warnt mal ein bisschen. Ja, Mann. Bleib doch mal beruhigt. Guck ins Screen, dann siehst du, wie weit wir sind. Es kann auch sein, dass wir gleich rausgeschmissen werden. Das kann sein, ja. Weil er nicht dabei ist, ne? Ja. Wo bist du jetzt? Ganz früher, ne? Vor sechs Jahren oder so, wo das Spiel rauskam. Ganz früher, ne? Da gab es einen Bug. Da gab es einen Bug. Da gab es einen Bug. Wenn man, äh, 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 in der Lobby gegangen ist, dann hat es ein bisschen länger geladen. Und dann gab es diesen Bug, dass auf einmal zwei von diesen fünf Leuten Killer waren. Okay. Ja, das war richtig nice. Nicht, 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 nicht cool, nicht cool für die Überlebenden, aber cool für die Killer. Ja, dieser Bug, den, den haben sie, äh, der, 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 den gab es, den gab es ungefähr zwei, drei Tage. Dann haben sie den Bug behoben. Aber ich, ich habe ihn miterlebt vor sechs Jahren. Oh, ein Outdoor-Map. Geil. Ja, ja, genau. Ich, ich bin hier neben dem blöden Kasten und der ist sofort, der ist sofort blockiert. Ich glaube es nicht. Der Generator, neben dem ich gespawnt bin. Äh, das ich自然 nicht ankotzen kann. Och, nöööööö... Ich bin bleibdynne! Dann kommst du gleich dazu. Die Welt ist Copenhagen... Och, nööööööööööÖöööööööööhhöööööööööööööö Ja, du bist hier gar nicht mit drin. Nee. Nein, nee, dann kann ich nicht. Robert ist recht hoch. Nee, sie hat an mir abgelassen. Ich mach den Generator. Ja. Ich kotze hier zwar. Kann man bei dieser Kotzerei sterben? Am Waschbecken, das wird so weiß aufgebeleuchtet wieder. Weiß ich. Aber kann man an dieser Kotzerei sterben? Ja. Ja? Nein. Dann ist es mir egal, dann mach ich einfach weiter. Ja, aber musst du trotzdem machen. Ja, irgendwann mal. Ja. Äh, unser, unser Dings hängt. Hängt, unser Mitspieler. Der Revendon. Generator bleibt fertig. Generator fertig. Siehst du meinen Generator, wo ich grad dran bin? Nein. Ich hol den anderen. Robert, wasch dich am Waschbecken. Es geht nicht, der Killer ist hinter mir. Ach so. Ich hätte, ich war ja schon am Waschbecken, aber dann kam der Killer. Gut, dass man an dieser Kotzerei nicht stirbt. Weil ich finde hier auch kein Waschbecken in der Nähe. So, ich bin jetzt raus. Ja, okay. Ciao. Tschüss. 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 Scheiß auf die Kotzerei. Wenn ich den Generator finde, dann mach ich lieber den Generator. Wenn man daran eh nicht sterben kann, ist es mir auch relativ egal. Nee, ich glaub nicht. Na, dann ist es mir auch egal. Ich nicht das Schiff, aber ich glaub nicht. Och, fuck. Jetzt kommt der Keller natürlich. Fick you. Der Generator... Er ist zu blöd, mich aufzuheben. Ich hänge. Ja. Er hat gegen den Generator getreten. Er ist... Er kämmt. Er kämmt. Er ist hier in der Nähe. Er ist ganz in der Nähe bei mir. Ja, ich sehe ihn. Er bleibt hier in der Nähe. Er haut nicht ab. Er geht in der Nähe. Können wir jetzt den Kotz abmachen, Robert? Ja, mache ich. Hier ist ihn der Generator in der Nähe. So, jetzt hat er seine Decke. Sehr schön. Oh, der Schrei hat mich abgelenkt. Mach's. 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 Robi. Alles gut. Ich hänge das erste Mal. Ich hoffe, der Random, einer der Randoms hilft dir. Ja. Ja, ich denke schon. Also einer ist sehr dicht. Der andere kommt zu mir. Sehr gut. Er wird gejagt vom Killer. Okay. Nimmt der andere dich? Das müsste einer mich holen. Ja, ich seh dich nicht mal da hinten. Okay, ich... Scheiß drauf. Ich komm ja gleich damit hin, so ein Ding an der Rad da machen. Alles gut. Es hat übrigens schon wieder geleckt, obwohl geringe Einstellung ist. Komisch, oder? Ja. Mann, kopf ich schon wieder? Ich glaub's nicht. Ja, weil du mich angepasst hast. Boah, ist das ätzend. Oh, der ist aber richtig weit weg und wir kotzen alle. Oh, wer hat denn da schon wieder verkackt? Das ist der Alte hier, ne? Der kann's nicht. Der Alte ist einfach dumm. Der Killer kommt genau zu uns. Oh. Oh, nee. Ist er gestorben? Ja, das war gegen Ratholen. Oh, weil er selbst... Weil er Fluchtversuch gemacht hat, der Vollidiot. Warum hat er das gemacht? Oh, so blöd. So blöd. Wir müssen immer noch zwei Generatoren machen. Kotz-Emote in den Chat. Was war das für ein Geräusch? Ähm, das war wegen Dings. Ein Foto. Ach so. Ach, er hat mich direkt gesehen. Ach so. 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 ich hab's zu helfen der ist fertig, ne? ja ich bin gerade von dem Generator weggelaufen und weiß jetzt nicht wo er ist, weil ne Killer kam zu mir ja, ja, ja komm gleich fertig oh, er kommt er hat mich nicht gesehen ich hab nen Generator, der ist nicht mal angefangen wir sind keine gute Versteckmöglichkeiten ich hab meinen gleich fertig, also geh zum Ausgang ach so, ok hab nicht darauf geachtet, wo der Ausgang ist ja, siehst du gleich ja, ah, ich hab einen gefunden, mach ja gut, ich mach auf ja ich geh einfach zu irgendeinen hin ja, komm zu denen im Norden, Kappa du weißt ja nicht, wo im Norden ich seh dich, ich seh dich sehr gut, dann lass uns einfach abhauen, lass uns den Random, egal ne, er kommt schon, er kommt schon ja sehr schön dann lass uns noch gegenseitig heilen ach so, wir sind ja geheilt ja komm Robert ich hab mich noch ankotzen lassen naja keine brauschende Runde, aber oh, aber ey, wir haben gewonnen aber gewonnen oh geil, ich bin sogar Erster das ist mal ganz selten ja, und du bist weiter ganz knapp hinter mir ja, das siehst du ah, siehst du mal ich werd immer besser, also, ne dafür, dass ich am Anfang so schlecht war ich mein, ich bin immer noch schlecht, aber es reicht immerhin, um fürs Team mitzukämpfen echt, dass sie schläft ne, doch, okay, nicht du sollst sie doch noch nicht schlafen sie blieb schon ja, lass uns schon bereit drücken das dauert ja ewig weil wir müssen ja zwei Killer suchen so, ich habe was ist das denn? ich habe nicht eine Taschenlampe ich habe ein Irrlicht bekommen was ist das? was bedeutet das denn? hab ich ja noch gar nicht gesehen was ist wegen Hälfte? und was bringt die, wenn ich die nehme? acht Sekunden Nutzdauer erhöht deutlich die Anzahl freundlicher Geist wäre in deinem dein Leben hä? muss man das verstehen? keine Ahnung du meinst die Taschenlampe, ne? ja, ja, die Irrlicht, nicht Taschenlampe Irrlicht das ist eine normale Taschenlampe die ist bloß, ähm ja, die ist, das Licht ist nicht normal, Taschenlampe nicht, sondern orange und, ähm, ja ein bisschen stärker als die oh, ich habe den dritten, äh, äh, Skillpunkt was soll ich nehmen? oh, nichts nichts am besten ja, Mon, das ist auch eine Taschenlampe danke, Skadi, kam ein bisschen spät, aber ja ja, so ja, ich habe doch gesagt, die Taschenlampe eine ganz normale Taschenlampe bloß halt ein bisschen stärker wo ist denn der Scheiß jetzt? kann ich jetzt ah, Amanda ja was soll ich nehmen? Anführer? ja, sicherlich zweimal habe ich Anführer habe ich jetzt, oder was? ne nein, ich möchte nicht zweimal anführen dann nehmen wir sowas wie ne, geht gar nicht geht auch gar nicht ich hatte Anführer nicht drin beweise dich und wir schaffen das habe ich drin hatte ich drin also opfergabe opfergabe kann ich keinem aussuchen oder, ah, doch, kann ich verfluchte Saat äh, frische äh, fuchsschwanz was? keine Ahnung, Salzbeutel gehört gleich das Glück überlebende, kombinierbar keine Ahnung, bin ich mir einfach kann ich so schnell lesen weil ich startet ja gleich naja, ja, ja, ja let's go so, ihr habt euch alle erschrocken, ne ihr seid die Bach ja, ja, ich habe doch auch Opfergabe mitgenommen warum wird sich angezeigt sicher? ja, du hast doch das äh, 100% äh, mehr Bonuspunkte mitgenommen bist du sicher? ich habe gesehen ich habe gesehen ich habe gesehen ja ich habe dir angezeigt ja, manche Sachen werden manchmal nicht angezeigt das ist nun mal so es wird ja nicht immer alles angezeigt es wäre besser wenn wir alle mal einen Kuchen kriegen hat das ja vorhin schon mit reingemacht aber das war die Runde wo Paul ja, das bringt aber nur was wenn wir uns absprechen dass wir gleichzeitig den Kuchen nehmen dann gibt es richtig viel Bonus tja übrigens schönes Hintergrundbild wäre das ja, ne hat schon irgendwie was wie nice, ne wie spät ist das eigentlich? hä? wie spät ist das eigentlich? es ist es ist jetzt genau warte, warte ich sag's ja genau gleich es ist genau jetzt ein Uhr und wir müssen noch eine halbe Stunde spielen also zwei Runden na, ich mach die und dann auch eine und dann ja, zwei Runden zwei Runden dann sind wir bei zwei Stunden ja, die halbe Stunde machen wir noch meine Frauchen ja, easy 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 kann man irgendwie online einen Grafikkartentest machen wenn es wirklich an der Grafikkarte liegt weil es liegt ja anscheinend nicht an der Leitung nicht an Traps oder sonstiges eine Aufnahmeprogramm ich kenn mich damit nicht aus ja, deswegen frag ich an Franzi die ist ja im Chat keine Ahnung ja, super das müsste Becky wissen hm so viel weiß er auch nicht er guckt auch nur Videos ja, das hilft man schon bist du hier? bist du das? ja, ne? ja, 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 ja da hinten ist der Killer ich seh den Killer ich hab den Killer gesehen hinten ja, lauf weg nee, auf gar keinen Fall lauf nicht weg dann doch nein der Killer ist wieder weg der Killer ist ich bin nicht weggelaufen ich wurde belohnt ja, nicht da, nicht da, dich? ja lol so bist du in seine Richtung gelaufen ich wusste nicht von welcher Richtung ich hab, ich hab ihn gesehen den Killer ich hab gesagt, da ist der Killer ich hab in der Richtung gezeigt ja nein, natürlich nicht das geht ja gar nicht ich hab ein Kürbis das ist ja voll mies drück eins eins ah, okay ah danke, Franzi ich hab mich eigentlich komplett geheilt und trotzdem bin ich komisch weil sie sind immer noch verletzt da ist ja ich hab mich auch ich heile den random ist mir egal wie es heißt bringt er dich in keller oder wer ist das Artikel würde wenn du bist dass die ich bin hier beim Zirkus kann kann man hier unterspringen ja kann man wo ist er denn jetzt wo hat er ihn hingebracht er hängt ja nicht mal ne er ist auch keiner wer verletzt er ist doch gerade der Killer hat ihn gerade getragen mit 1 kann man in der richtung zeigen wo der kann man da kann man zeigen hat 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 mir das gar die gerade verraten mit 1 wenn ich meine Pfeile hoch runter mache dann kann ich es auch zeigen dann kann man entweder machen mit dem Herkopf mit der Hand oder einmal so zeigen mit dem Zeigefinger da lang ich meine er ist genauso weit wie deiner ja 3 Viertel gleich der Killer scheint nicht sehr gut zu sein ja aber ich bin komisch weil sie immer noch verletzt obwohl ich mich gehalten habe Killer kommt Killer kommt Scheiße ich bin an jemanden vorbeigelaufen der gerade einen Generator macht sorry fK du ich bin hingegeblieben fK Piss dich. Guck dir mal deine Fresse an. Nicht mal deine eigene Mutter liebt dich. Piss dich. Du brauchst zu kämpfen. Mach Generator. Piss dich. Einer ist noch im Haus, oben. Ja, ja. Wie lange... Der Random braucht aber ziemlich lange für den Generator, muss ich sagen. Oh, Steffi. Warum machst du das denn? Ich bin das nicht. Ich hatte... Ach so. Okay. Der Random ist einfach dumm. Der wird... Ah, jetzt ist er fertig. Endlich. Oh, Steffi, du liegst. Ja. Ja. Ich habe mir noch den anderen geholt. Ich erhol mich. Noch nicht, komm. Ich komme. Nein, noch nicht. Der Killer rennt in eine andere Richtung. Ja, der andere holt mich. Ja, ich komme dich auch holen. Lass uns erst heilen. Der Killer... Der Killer... Der... Ah, der ist... Der... Ach, das ist der Fallenmann, ne? Ja. Das ist der... Wie kann man denn den Fallensteller nehmen? Lost. Der schlechteste Killer von allen. Also, sorry. Warum nimmt man den Fallen... Warum nimmt man den Fallen... Oh, da hängt wieder einer. Ach, der ist tot. Okay, dann können wir den Aufgang nehmen. Ja, lass uns aber den rechten hier nehmen. Den. Den in der Richtung, meinst du? Ah, ich kann es nicht anzeigen. Lauf, 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 lauf. Oh, ich habe ein Pferd. Oh, hier ist... Hier liegt ein Pferd! Hier liegt ein Pferd! Ernsthaft, hast du es gesehen? Nein. Hä? Hier liegt wirklich ein Pferd! Ich schwöre! Oh, mein Pferdchen! Oh, was ist denn los? Oh, so süß! Äh, hässlich. Mach's gut. Ne, wir warten noch kurz. Mal sehen, ob der andere es auch schafft. Nö, der hängt. Sollen wir dir nicht helfen? Ich weiß nicht. Oh, er ist echt weit weg, ne? Ah. Ach, scheiß drauf. Ich will kein Kameradenschwein sein. Du, Huls, ich mach auf. Ja. Ah, der Pferdchen ist da. Ja. Schafft ihr es? Weiß ich nicht. Ja, ich komm wieder zum Ausgang. Mehr konnte ich nicht machen. Ja, er ist doch schon hier. Ach so, er hat es geschafft? Ja, er ist schon hier. Geil! Wir haben ihn gerettet. Wir haben ihn gerettet. Geil! Finde ich super. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Das ist ja echt Kameradenschwein von uns gewesen. GG in den Chat. Nee, 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 nee. Oh! Komischerweise läuft das jetzt, wa? Äh, das liegt daran, weil Franzi, unser bester Spieler, nicht mehr dabei ist. Wir kriegen jetzt einfache, äh, 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 wir kriegen einfache, äh, Killer, ja. Nicht so starke Killer. Mhm. Aber weil Franzi mit den Levels schon so hoch ist. Ja, ja, weil, nach Franzi wird das, nach Franzi, aber irgendwie, irgendwie hilft das uns auch, weil wir, wir kämpfen immer mit stärkeren Killer, als wir eigentlich sind. Deswegen sind wir jetzt auch ganz gut. Wir kämpfen hier, wir sehen hier, wir sehen hier, wir sehen hier, wir sehen hier absolute Noobs, äh, äh, rumlaufen, äh, äh, unsere Kameraden, weißt du? Aber komischerweise bin ich aber Spielerstufe höher als Franzi. Aber sie ist halt das andere da. Nee, sie ist, sie ist aber stark, sie ist aber stark. Sie hat schon öfter, öfter gespielt. Sie kann, sie kann es einfach besser. Na, sie ist aber in der Lebens, ähm, klasse, danke, ist sie ja schon auf Franzi 2, 3. Das ist, das ist bei jedem, das ist bei jedem Charakter ein anderer. Das beginnt immer bei Null. Bei jedem Charakter. Nee, das will ich nicht. Was, was meinst du denn? Was meint, was meinte sie eigentlich für eine Zahl? Was für eine Stufe, was meinte sie? Ähm, rechts oben in der Ecke kannst du an deine Zahl neben der Blutpunkteanzahl. Da, und das ist die Spielerstufe, da bin ich 78. Da steht... Und daneben ist es auch noch so eine römische Zahl. Wo, wo? Rechts oben in der Ecke. Da ist eine 18. Ja, da bist du die Spielerstufe 18. Und da ganz neben ist so eine römische 3 oder 2. Da steht 13. Deine Klasse vom Killer und Überlebenden werden an jeden 13. des Monats zurückgesetzt. Keine Ahnung, hier steht nix. Guck doch mal, hier steht nix in meinem Stream. Ja, guck doch. Hör auf mal rumzuschreiben. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Warte, ich guck doch gerade um. Ich bin auf der römischen Zahl, da steht nix. Da steht nur Bronze 3, fertig. Ja, dann bist du Bronze 3. Dann bist du auch... Hier steht aber keine 78 oder eine 22. Nein, bei mir steht eine 78, weil das eine Spielerstufe ist. Wie hoch du kommst mit deinen Typen allgemein. Ja, und warum steht bei mir keine Zahl? Hä? Warum steht... Du willst mir sagen, du hast hier ne römische 78 oben stehen. Nein, nicht nur römisch 78. Da hab ich ne 3 und bin Silber. Du bist 3 und Bronze. Und da neben links. Wo? Geh mal runter da, Mensch. Kannst du mal runtergehen da? Ich bin runter. Bei mir wird es nicht angezeigt, dass du runtergehst. Ich bin schon runtergegangen. Von der römischen 3. Ja, guck mal. Neben der römischen 3. Lol, jetzt hab ich einen anderen Killer genommen. Neben der römischen 3, ja. Ja, ja. Eine 18. Und das ist die Spielerstufe. Ja, aber ich hab meine Spielerstufe doch zurückgesetzt. Ich war doch 50. Nein, das bleibt da oben. Nein, das bleibt nicht. Ich war schon... Das bleibt wirklich? Ja, das bleibt. Ach so, dann sag das doch. Mein Gott. Und da ist sie ja niedriger als ich. Aber dafür hat sie ja bei der römischen Zahl hat sie aber eine 2 und ist auch Silber. Total verwirrend. Ich hab vorhin 18 gesagt und du hast gesagt Nein. Und dann guck ich auf... Dann sagtest du bei der Dings und ich... Du hast... Ich hab 18 gesagt und du sagtest Nein, das nicht. Verstehst du? Und dann war ich total verwirrt. Warum sind die noch... Wir müssen auch bereit drücken, ne? Ah ne, ich war auch bereit. Ich war auch bereit. So, jetzt unsere letzte Runde und dann... Ja, 12 Minuten müssen wir noch. Mindestens. Also unter 2 Stunden mach ich den Stream nicht aus. Ach, Robi. Ja, das war sehr, sehr belastend gerade. Wirklich. Ja, total. Ich bin schon wieder Stufe 11. Ja, ich bin mit der Hexe jetzt auch bei 50 eigentlich angekommen. Kann ich eigentlich mal wieder die andere nehmen? Oder welchen level ich jetzt hoch? Welchen level ich hoch? Ich glaube, ich level jetzt die hoch. Oh, eigentlich nie. Warum nehme ich überhaupt ne Taschellampe mit? Das ist einfach dumm. Wenn ich mir erste Hilfe geht mit. Ehrlich. Warum nehme ich überhaupt ne Taschellampe mit? Ich hab ihn schon... Weil sie besonders war. Deswegen wollte ich sie mitnehmen. Bandagen immer gut. Ja, hab ich nicht. Opfergabe? Ich weiß es nicht. Bei Opfergabe weiß ich immer nicht Bescheid. Gewett ein Bonus auf Blutpunkte. Ah ja, hab ich. Hab ja jetzt gar keinen drin. Du sollst einfach irgendwas nehmen, was Bonus hat. Das hat Bonus. Betrifft nur den Besitzer. Kombiniert. Gewährt Blutpunkte in der Kategorie Überleben. Ach, wenn wir überleben. Jetzt kommt ja wieder ne Indoor-Map, ne? Na, mal gucken. 18. Polarkreis 18. Nala knurrt beim Schlafen. Da hält man das Mikro ran. Man hört das nicht. Ach, du witzbunt. Ja, ich bin sehr witzig. Bereit, Robert? Ach. Scheiße. Gar nicht dran gedacht. Ja, ja. Aber die andere drückt nicht bereit. Das geht ja trotzdem los. Mon. Gucken wir mal, wie unsere Randoms sind. Die sind ja ungefähr immer genauso stark wie wir. Ja, ungefähr, ja. Ich bin immer hoffen, dass wir jetzt auch gewinnen. Damit wir einen guten Abschluss haben. Ja, das wär nice. Aber wir haben ja eben gewonnen. Ja. Naja, einer ist gestorben. Aber das war ja auch dumm, weil er versucht hat zu fliehen. Wir hätten ihn ja noch gekriegt. Ja. Aber es gibt viele, die gerade erst anfangen und das noch nicht wissen. Ja, ja, klar. Aber wir sind ja auch jetzt mittlerweile keine Anfänger mehr. Also sollten wir auch keine Anfänger mehr kriegen. Ja. Ich bin ja echt schon sehr hoch schon, ne? Eben drum. Also ich versuch jetzt bloß, jeden einzelnen Charakter jetzt hochzuleveln. Wir suchen quasi einen, der in deine Stärke ist, weil du bist ja etwas höher wie ich. Ja, ja. Kommt auch an, wie die anderen sind, ne? Oder doch höher. Ja, aber es ist gut, dass wir mit Franzi gespielt haben, weil, wie gesagt, sie ist schon etwas weiter als wir. Und dadurch lernt man natürlich, wenn man gegen Stärke spielt, ne? Ja, so lernt man am besten, wenn man gleich gegen Stärke spielt. Richtig. Genau so sieht es aus. Oh, Outdoor-Map. Naja. Perfekt. Ich komm direkt beim Keller raus. Ist das ein Zeichen oder so? Der Killer ist schon in der Nähe. Ich hab einen Generator gefunden. Hm, ich auch. Ach, du auch. Ja, moin. Ah, der Killer ist bei mir. Ist dann mit dem Messerwerfen. Hm. Hm. Ich seh den nächsten Generator. Der ist direkt an der Kirche. Oder knapp hinter der Kirche. Was ist das? Ist das denn überhaupt ne Kirche? Keine Ahnung. Ja, er läuft mir hinterher. Achso, er läuft dir hinterher? Oh, lol. Und du läufst genau hier lang. Ist der jetzt dicht oder was? Ach, komm. Er ist wirklich wieder zurückgelaufen, der Killer. So ein Bastard. Wenn der Killer entkommt. Ich kann das immer besser. Ja. Seh ich gerade. Mein Generator ist gleich fertig. Was sagst du dazu, Skadi? Mach ich das schon ganz gut oder nicht? Sie hat gerade reingeschrieben. Ich hab doch nicht sehen, was. So viel weiter bin ich auch noch nicht, sagt sie. Aber es kommt einer aber schon vor, als hätten wir gerade leichtere Killer. Ja. Oder sind alle zu müde. Ne, 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 ne. Letztens war es auch tryhard. Und es war genau so spät. Wir waren drüber bis 2 Uhr. Es war hart. Aber wir haben trotzdem gut gespielt. Killer ist bei mir. Ja, der hat mich instant natürlich gekriegt. Ich hab diesen Killer übrigens noch nie gesehen. Doch, der hat mir schon oft. Ja, der ist aber sehr auffällig, muss ich sagen. Ich hänge gleich. Hm. Lol. Er konnte entkommen. Perfekt. Einer heilt mich jetzt gerade. Heile dich, Robi. Ich bin vorbei. Ja, ja, Mensch. Ich mach das Trutim noch. Mein Gott, der helft mich doch nicht. Ja, chill, Alter. Jetzt klappert die ganze Zeit mit der scheiß Taschenlappe rum. Wie werde ich das Trutim machen? Meine Güte. Ich mach Generator. Ja, ich auch. Er ist geflohen. Anscheinend kriegt er es nicht hin, wie jemanden aufzuhängen. Oder er macht ne Abse. Na, das glaub ich nicht. Er ist im Haus. Ist er bei mir? Er ist bei mir. Er läuft mir hinterher. Er hat mich verloren. Hey, der war das. Och, Mann. Das hat mich natürlich total abgelenkt. Das hat das Ding einfach... Das Ding hat einfach gebrannt. Also er hat einfach geknallt. Ohne... Das ist aber glaub ich, er entweder ein Bug oder das ist vom Killer. Ist das ein Killer-Skill, äh, Skadi? Wenn du nicht schon schläfst. Ja, eigentlich kann das nicht sein mittlerweile. Ja, warte, vielleicht weiß ich sie es ja. Da ist noch ein Generator. Ich hab einen gefunden. Meiner ist zur Hälfte. Ja, der ist gerade angefangen. Aber wir brauchen eh zwei. Also alles gut. Nee, kannst zum Ausgang gehen. Wieso? Es sind zwei Generatoren. Ja, hol den anderen. Ja, ich bin doch gerade bei. Ich glaub's gar nicht, ich schäf schon, die ist eingeschlafen. Ich antworte gar nicht mehr. Die ist mit uns eingefennt. Guten Abend, gute Nacht, weiter weiß ich leider nicht. Da muss ich nie jetzt den Generator einmal antippen, ist dann fertig. Ja, schön. Hier läuft gerade jemand rum. Ich hab gerade ein, äh, Achievement freigeschaltet. Generator ist gleich fertig. Wie lange brauchst du denn mit einen? Ähä, ich hing. Also, ich hab hier meinen kleinen fertig. Ja, Robert, er hatte mich gerade. Ach, Franz. Franzi ist gerade in der Dusche. Deswegen kann sie nicht schreiten. Aber sie hört anscheinend. Okay, da ist der eine, da ist der zweite. Zu welchen gehst du? Zu den rechten oder linken? Hahaha. Ich bin jetzt mal im Ausgang. Ich bin weiter weg von, von der, der hängt. Sehr weit weg. Hilft ihr das? Wo bist du? Am Ausgang, der offen ist. Hä? Hallo. Wollen wir den doch holen? Ja, ja, natürlich. Ja, er kennt. Ah, da ist er ja. Ja. Geh zurück. Nein. Nein, Steffi. Wickel dich frei. Ja, versuche ich gerade. Wickel dich frei. Wichse. Ich bin ent... Nein! Renn doch! Oh, ich bin entkommen. Oh, war das knapp. Oh, der hätte mich fast gekriegt. Ich hoffe, ihr habt überlebt. Meine Güte. Sind alle entkommen? Nein, ich bin auch drin. Dann hau ab. Nein, ich bin tot. Wie jetzt? Och nö, Steffi, der war doch die ganze Zeit abgelenkt mit mir. Du hättest doch abhauen können. Oh, Steffi. Ich musste leider abhauen. Ich wusste leider abhauen. Alles gut, alles gut. Warum bist du nicht abgehauen, Mann? Meine Fresse, das finde ich echt blöd von dir. Aber egal. Alles gut. Ah, hier, guck mal, wir haben sogar nur zu dritt gespielt, weil der eine hat gar nicht mitgemacht. Na, der andere hat, glaub ich, für die ganze Abgabe. Ja. Ach, guck mal, wir... 22.000 hab' ich. Trimierer erster. Crazy. Crazy. Ich werd immer besser. Mhm. Ah, war doch schön. Oder bist du noch einer? Nee, 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 ich werd jetzt ins Bett. Bist du gar nicht sicher? Ja. Ich bin richtig müde schon. Aber du hast doch einen Energy getrunken. Ja, der ist noch halb voll, aber den, das ist gut. Den träg' von Lisa eh heute Nacht aus. Wenn ich sie mitnehme ins Bett. Na gut. Ja, dann war das mal ne kleine Runde heut' gewesen. Ja, nächstes Mal mach' mal länger. Wann denn? Klar, mal mal gucken, ne, wie lange, wie, äh, ob Franz jetzt noch in der Woche Zeit hat. Also bis Mittwoch bin ich noch da, mal gucken, ne? Hm. Ja, weiß es nicht. Könnt ja noch mal jemandem reden oder so. Ja, ich hab schon wieder vergessen, wie, ich hab schon wieder vergessen, wie's geht. Ich muss mal kurz gucken. Hm. Wie ging das noch mal? Äh, äh. Videoproduzent? Nee. Ah, wie das geht. Ja, das ist ein Perk. Jetzt hat sie's gelesen. Ja, das ist ein Perk, das ist, das ist knallt. Das ist knallt, ist ein Perk. Stream Manager war das, ne? Genau. Stream Manager war das. Ah, da, Kanal Reden. Ja, wen soll ich denn reden? Holy shit. Muss man kurz gucken. Der, den du halt magst. Muss man ja auch einen berühmten, einfach reden, so eine Schrift, nennst du mein Name. Ich rede einfach mal. Du nimmst ja dann vier Zuschauer mit. Hm. 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 Ich hab' ich hab' jemanden. Ich bin Mittwoch frei. Also können wir nochmal Dienstag oder Mittwoch nochmal zocken. Hm. Hm. Ich wär' jedem Mal. Am besten Dienstag, weil Mittwoch muss ich losfahren. Okay. Ja gut, ich nehm' den Mimipass. Ich nehm' den Mimipass. Oder wir machen Montagabend, weil sie ja Dienstag frei hat und ausschlafen kann. Ja. Ja. Haha. Und Dienstagabends geboren nochmal. Also Zeit für nicht richtig debatiert, als ich keine Ahnung warum. Gut nehmen wir Mimipass. Raid beginnen. Oh. So seht ihr es? Ja, ihr seht den Raid. Raid geht. Sind bereit in bla bla bla. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Also es dauert ja noch weiter. Jetzt Raiden. Ich brauch' bloß auf jetzt Raiden drücken, ne? Hm. Genau. Gut. Dann. Ciao mit V. Wiederschauen und reingehauen. Müsste funktioniert haben. Ja. Ja, hat er. Hat funktioniert? Hm. Warte, ich gucke gleich einmal kurz mit Ton. Ja, ich hör' den Ton bei dir. Cool. Raiden hat funktioniert. Dann weiß ich ja, wie's geht. Streammanagement. Sehr gut. Achso, Skat, ich hab' dich zum Mod gemacht, aber das hast du wahrscheinlich schon gemerkt. Achso, die hört mich ja gar nicht mehr. Ja, moin. Die hört mich ja gar nicht mehr. Kannst du deine Gruppe noch reinschreiben? Null. Nein. Ist egal. Sie weiß, dass sie Mops ist. Sie sieht ja das schwer. Ja, Mops? Sie ist Mops. Sie ist Mops geworden. Ja. Lul. Omega Lul. Na guti. Ja. Fürs Denne, ne? Ben, bis morgen Abend oder Dienstagabend? Alles klar. Tschüss. 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 Mahlzeit. Mhm. Mach aus jetzt. Jetzt. Raus. Wie lang brauchst du denn? Mensch. Alter. Wie lang Disgust. 街. giaげeng. und hierher ole 합니다. Who now was. Anders? Da. Fel panel. Dr. das? Vielen Dank.